Quasi ganz stark mit den Reflexionsprozessen, die du jetzt sehr schön beschrieben hast, zusammenhängt, ist diese ganze emotionale Ebene von Dingen, die klarerweise kommt und geht. Also die ist quasi ganz natürlich. Das Spannende ist aber, wenn man da auch wieder irgendwie die Stoische Philosophie so als Leitlinie oder als Prinzip hernimmt, es geht quasi immer darum, wie gehe ich damit um? Also es geht nie darum, und das ist irgendwie so eine interessante Urban Legend, dass wenn man stoisch ist, dann fühlt man keine Emotionen, was natürlich ein komplett falsches Verständnis der Philosophie ist, weil da geht es darum, dass man sehr wohl alles fühlt, aber wie ich dann umgehe mit diesen Emotionen, das ist der springende Punkt. Ich kann sofort mitgehen mit dieser Welle und eben, wie du es jetzt beschrieben hast, ja voll im Meeting dann den falschen Pfad entlang gehen, alle anscheuen, allen die Probleme aufdrücken, die ich dann selber damit sehe. Oder ich merke, dass da Emotionen kommen und kann mir dann hintenrum überlegen und das dann auch weiter trainieren, dass wenn ich merke, dass Emotionen kommen, dann mache ich quasi diesen Schritt zurück und versuche mal darüber zu reflektieren, okay, was hat das ausgelöst und was kann ich dagegen tun, dass es dann in die schlechten Bahnen geht, weil ja meine Entscheidungen werden ja dadurch beeinflusst. Tendenziell negativ, das ist ja das, was du jetzt schon beschrieben hast. Tendenziell negativ, also wenn ich zu emotional mich gehen lasse, dann bin ich nicht mehr auf dieser richtigen Reflexionsebene. Tendenziell negativ, also wenn ich nicht mehr auf dieser Seite habe, auch wenn ich nicht mehr auf dieser Seite habe, dann bin ich nicht mehr auf dieser Seite habe. Vielen Dank.